in die tappel sind ja ich finde den penner nicht fikt euch von pirayons getötet wie dumm kann man sein ey äh ich bin in der runde vorbei team als moos ich steam scheiße ich steam sich gar nix jetzt weißt du wie ich es cool ich krieg mich nicht was passiert wenn alle boards auf einem fleck sind musst du warten bis sie sich aufteilen kannst du sie alle in die luft sprengen oder das ich finde hier keine dicke waffe antidepressiva und antidepressiva und schlafmitteln es geht hier unten gibt es eine teure waffe irgendwie sind die halle im 1000 bis 2000 bereich und ich bin mir schwer das so offensichtlich alles ich kann die nicht töten man ja meine runde ist vorbei ich habe auch als ersten gekillt genau stadt festnehmen fuck you wenn man den knast hier angucken was sind die man in dem knast ist ja gar nichts und das klo ist cool einfach nur ein dach zum reinkaufen nein ist das denn ach hey oh mein gott oh mein gott oh mein gott im knast treff ich auf meinen mörder ich fasse es nicht sechste wie komme ich hier raus ich mein hier ist doch hier sind doch piranhas oder nicht ach da bekommt ein mannequin mit dem boot, da ist er heftig drauf kann ich noch erstechen I got this ich hatte dass ich den bot hangen mit erstechen kann in deiner weißen box verschaut Mann, das ist, ähm, das ist das von der Mainzer Schacht. Du bist das? Kevin, du heißt ja, du heißt ja Edward. Wie ist das denn? Ja. Ach, hi Edward, hi. 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 Da guck mal, du musst duschen. Jo. Vielleicht ist sie mein nächstes Opfer. Die Runde fängt gleich an. Vielleicht bist auch du das. Aha. Ich fänd's ja gut, wenn du mir verdürst, dass du mir bist. Oh lol. Das wüsste ich gar nicht. Oh lol! Musstest du mich vielleicht umbringen? Krass. Das ist hart. Wo sind die Toiletten, meine Feste? Ah, hier. So. Ach, da ist ein Knopf. Was? Ihr habt von euch Cellar gesehen? Nö, nö. Das ist, das, damit würde ich einen umbringen, Alter. Nein, jetzt bin ich tot. Da ist irgendjemand im Wasser gestorben. Irgendeine wurde von Piranhas zerstückelt. Nein, wurde es nicht. Ich bin auch rausgekommen. Nee, hier liegt jemand. Was tut das nicht? Wo, wo, wo liegt jemand? Wer bist du denn? Jason? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, Schulan will mich töten, okay. Der Herr Jason will mich töten. Ich muss die gar nicht töten. Wollte ich nur töten. Ach so, ja dann. Alter, die Toilette geht hier gar nicht klar hier. Das ist das, ne? Egal, Toilette, Toilette. Will's am Kau. Hier sind die Waffen alle so billig. Und die werden wahrscheinlich mit dem Game noch aufgewehrt bekommen. Oh mein Gott. Ich bin ins Wasser gefallen. Wie kommt man hier oben? Boah, ich hab dich geschubst. Oh mein Gott, ich sterbe. Wie komm ich? Nein, nein, wenn du, du musst, die Kammer nach oben und dann aus dem Wasser raus. Ähm, dann springst du quasi im Wasser. Ah, okay. Du musst einfach nur die Kamera nach oben drehen und dann W drücken. Dann schwimmst du raus. Ah. Ja, wie komm ich auch hier aus dem Knast raus, ey. Erstmal brauch ich ne dicke Waffe. Hast du den Merk so? Oh Gott. Schade, ich hab jemand mit der Leuchtfeuerpistole erschossen. nein nein natürlich nicht das hätte mir so viel geld gemacht 6000 6000 mit der regenscheiben gebraucht ach das bist du ja gar nicht so wie kommt man jetzt aus dem knast rieberschwimmen nein nein da ist man ein städtisch da wo sie ihn fährt hat er in unterwäsche das ist nicht mal eine box das ist einfach nur so ein kleidchen oder so man ja toll mein ganzes in der bar wie geht es denn das ist heftig oder wenn ich auch in der bar rum bin ja toll ey jetzt habe ich mega was kann ich nicht töten ich auch ach der der ist der war auch in das muss ich mich umschauen hier ich hab den mit dem regenschirm loll ist er nackig im wasser ja ich habe ihn erledigt du bist auch nackig im wasser ja wieso wenn du rein oh mein gott oh plate da ich ja jetzt in führung bin kann ich ja jemand einfach umschießen da habe ich auch schon mein opfer jo ne waffe genau mein opfer ist genau runter gekommen das war die ich hab sogar dein bargeld aufgehoben loll hey das mädchen heißt sogar selder dein ziel ne ja soll ich dein ziel einfach töten und dann sein ziel mit dem maschinengewehr ja wo ist denn der knopf da wie heißt denn der ach das bist du schon lang ja dann musst du dich umbringen nein nein das war nicht zu dann ist euch ach so ach ich hab 440 dollar aufgerufen ist doch schon jo jo was ist das denn da boah der hat mich weggehauen dieser bastard ja toll ey die waffen haben ja gar keine die haben ja nichts wert ey ja mein kätselständer ist jetzt auch ja total wertlos jetzt weiß ich wen die sind ja aber erst ziemlich äh andere als die waffen also wir haben ja gar nichts ganz selten findest du auch irgendwo ne rasierkringer mich umbringen du hast ne ich hab dich einfach beim duschen abgeschlachtet einfach aus sparen wer ist das ach scheiße damit bin ich auf platz 2 gerutscht fuck damit hat mich Kevin überholt ich hab nicht so oft wahllos Leute hing ach da bist du oh vor meinen augen hat haben zwei knastis miteinander gekämpft aber auch pracht hat sich aber auch einer als besser irgendeiner durchgenagelt werden ja ehrlich behindert kann ich mit jetzt kann ich die tüten die ich im knast hab ich extra wischen lassen alles geklärt im knast sind die waffen nur 100 dollar wert ey das ein ja weil ich damit schon keine ahnung wie ich auf Leute umgebracht hab ja das ist doch nur dieses messer oder ist da noch was anderes im knast ne und diese komische zahnstocher von 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 Oh, der eine stirbt und was dann. Laufstück A. Wo soll man wissen, wo Laufstück A ist? Das ist einfach von vorne nach hinten gemischt. Geordnet. Eine Ahnung. Ich hab mein Ziel. Ich brauch nur noch eine passende Waffe. Jo. Fizzy, du Bastard. So ein Klappmesser hat er mich nur gemacht. Das hat hier eine Sektklinge, die in 1.000 geblattet hat. Oh, was? Gratfalle gibt es 10.000. No, 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 no. Jo, ich hab mein Ziel verloren. Mein Ziel ist im Knast. Geil. Ganz. Geil. Ich hab ja nicht mal ne Waffe, um mein Ziel im Knast zu kleben. Geil. Ich hab dir mal rengeschubst. Diese Schlampe soll sterben. Oh, fett. Boah, ich hab voll die krasse Waffe. Jetzt muss ich nur noch zum Knast. Ey, du Bastard. Wer schubst mich da rum? Ja, egal. Ich hab die gekillt. Erstmal ins Prim's Klo. Kann man nur im Knast kommen? Nee. Nee, nee. Nein, nein, nein. Hat ne neue Runde angefangen? Ja. Du hast grad 10.000 durch den Kill gekriegt. Kerin? Krass. Nochmal 10.000? Ah. Krass. Einmal 9.000 durch die Rasierklinge und grad 10.000 durch die Bratfamme. Boah. Ja, mal schauen, was jetzt kommt. Was müssen wir mit Pasa G nehmen? Dann nix. Dann kannst du nix machen. Dann kannst du nur durch die Gegend rennen. Das ist deine Aufgabe, dich vor deinen Wörtern zu beschützen oder so. Yep. In meinem Zimmer ist nur Crap. Ah, die Map schon cooler, ey. Wir haben sie ganz am Anfang. Ist das die erste, die er gespielt hat? Das kann sein, ja. Nur bei Nacht. Ja, na. Die Map hab... Also die hab ich noch nicht gespielt. Die hab ich noch nicht gespielt. Die hab ich noch nicht gespielt. Das kann auch ne andere sein. Die ist nur ähnlich. Aber die gefällt mir. Ne, das ist ne ganz andere. Die hab ich noch nicht gespielt. Also die ist neu. Ja. Die hab ich auch noch nicht gespielt. Da hab ich auch wieder ein versteckter Schrank ist. Auf der Merk, die wir davor hatten, ne. Letztensschaft dieser tropischen, sondern die davor noch. Äh, gab da auch unten im Knast, wenn du rauskommst, ein Bücherregal, was du zur Seite schieben konntest. Okay. Ich hab mein Ziel übrigens schon. Ich muss nur noch warten, bis er aus dem Restaurant raus ist. Geh raus. Dann rasiere ich dich. Wo sind die ganzen Spieler? Finde die gar nicht. Wir sind alle bei mir. Hier sind 5 Stück auf einem Haufen. Ja. Wo ist das denn? Oh, fuck. Aus Versehen. Wo sind die denn? Bei Deck B. Nee, ich bin grad bei... B, ja. Wo sind die alle auf einem Haufen? Ich hab ein Haufen. Ich hab auch noch, nur aus. Yo, mein...